Gefährlich und das 1-0 vor Rüderstern. Unbeschreiblicher Jubel hier im Stadion. Und wenn ich das richtig gesehen habe, war es Mifailovic. Der das Tor gemacht hat. Ein herrlicher Freistoß. Genau durch die Power der Bayern in Deutsch. Neuenspieler vom Roten Stern vorgelastet. Bislang hat keiner eine Gerdekarte bekommen. Sie können alle beim Endspiel den Ball wieder bei. So ein Herr Galler, die den Ball freigeben. So gut sein haben wir nicht. Da ist es. Und ja, ja, ich habe es beschworen. Glück muss man auch mal haben. 1 zu 1. Und 29 Minuten noch für die Bayern. Solch ein, solch ein Tor lässt ja manchmal ein Spiel absolut kippen. 1 zu 1. Und jetzt müssen wir einfach mal Hoffnung werben. So wie Klaus Augenthaler, der da auch zeigte. Lasst uns noch was tun. Stojanovic. So, jetzt kommt die Kulisse auch wieder. Die ein bisschen ruhiger geworden war in den letzten Minuten. So wie jetzt Belgrad, das kann aber auch wie Bayern klingen. Und das ist die Chance und das Tor! 2 zu 1 führt der FC Bayern München. Und sehen Sie den Jubel von Bender. Und da waren sie ganz, ganz unaufmerksam in der Abwehr. Die Belgrader, da haben sie darauf gewartet, dass die Fahne des Linienrichters nach oben geht. Der zeigt aber kein Abseits. Und jetzt, meine Damen und Herren, aber auch ein Kompliment an die jugoslawischen Fans. Ihre Mannschaft liegt 1 zu 2 zurück. Und sie wird angefeuert. Da gibt es keine Pfiffe, da gibt es keine Buh-Rufe. Die Mannschaft wird unterstützt. Wer kommt ins Endspiel am 29. Mai in Bari? Und das ist noch einmal heiß. Wo sie jetzt gehen. Wo sie jetzt gehen. Jetzt nur noch kein Elfmeter oder sowas. Und raus damit, einfach raus. Und Aumann hat Probleme. Und der Ball ist im Tor. Oh, ist das ein Fisch. Der Ball ist im Tor. Ein Eigentor. Ein Eigentor, wie ich es selten gesehen habe. Und auch. Bayern und Aumann hat da Fisch. Wer hat die Entscheidung für Rotterstern-Weltmann gemacht? Und das müssen wir jetzt sehen. Man zeigt hier logischerweise die jubelnden Jugoslawen. Und da liegt 6, 7 Bayern. Wie erschlagen am Boden der Ausleitende. Rotterstern, der Trainer. Mit Tränen in den Augen. Wahrscheinlich.